hallo und herzlich willkommen zurück bei blue reflection wir haben das letzte mal in fs ersten sephiroth besiegt der aber scheinbar dadurch nicht tot ist oder nicht vernichtet irgendwie so jedenfalls wir sind jetzt am nebenquest machen damit wir so punkte kriegen wo ich aber noch nicht weiß warum halt erst gehen wir mit der rennen gehen wir da hinten aus counteryard das feld müssen wir die schule erkunden für die mission beides eigentlich missionen kannst du das eigentlich nicht nennen ähm reden wir mal mit der sarai ah sanai ich bin so schlecht im namen merken sanai what are you doing here club activities my friends went to borrow the room keys and i'm waiting for them club activities you were in the cooking club right i thought it was good that i didn't have a cooking room this is a room that a bunch of clubs share i get a chance each day and we can bring simply equipment for our activities that's handy but we don't have many options open flames are a no-no so we just make food at home and bring it in for tea parties huh that sounds fun at least they let us us use the microwave right oh geil die dürfen die microvalle im kochclub benutzen wow what the fuck uh would you like to try cooking together with me oh cooking hmm i haven't really done much of my own ja die waren in letzter zeit beschäftigt in den zimmer zu hocken und rum zu flirren tschuldigung that's all the more reason to try it's not a bad thing to know how to cook ja klar ich brauch dein fragment sonst würde ich es mir eigentlich wurscht ok then i'll give it a try klar alter wir sind dabei man being able to cook would give me more control over my diet zimmer sing up a menu for you signs you aren't used to cooking i'll keep it simple toast brot toast thanks i'm looking forward to this so haben wir das oberlegt sunrise fragment jetzt gehen wir noch kurz hinaus zum front gate das sollen wir uns noch anschauen haben wir uns jetzt auch gemacht gibt es hier irgendwas facility counter yard was jetzt passiert naja ich kann mich ja dahin porten lassen wer bist du i'm gonna be late for cram school i haven't hurried i wanna make it on time ok interessiert mich an scheiß uh hortensien bin gespannt ob meine das hier auch gut wachsen ach da ist das tennis feld da ist die rin rin hey rin rin was geht ab oh die seufzt sich gerade mit alkohol zu wuh hallo hinnako es ist ja unusual to meet you here also ich bin ja schon zwei tage hier oder drei drei glaube ich ja wasch sagt making a little detour on the way home are you in the middle of club activities yup also i'm taking a break right now ah so that's what you why you're outside the tennis court drinking juice yes this juice is really good when you're tired mit alkohol wieder ane oder die seufzt sich gerade zu älter liebeskummer look 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 i'm always drinking it during breaks oh always you don't get tired of drinking it all the time not at all and this is my third one today wow ich sag doch das alkohol you you third one you must be working hard that must just mean you're working that hard it's important to stay hydrated hey thanks i feel i can work even harder now oh right you should try the juicy sometimes too yeah mehr alkohol für alle yeah it's tasty and healthy i highly recommend it they say it cleans your body from the inside out i'm sure you'll become a super popular beauty in no time was zur Hölle was sollt das für ein drink sein uh nah i don't really want that you might sing that now but your tone will definitely change when you fall in love uh i i see okay well if it's healthy i'm a bit curious maybe i'll try it science you recommend oh god ich hör mal auf mit der stimme zu verstellen maybe i'll try it science you recommend it so much sehr schön noch ein fragment wir haben das spiel jetzt schon fast durch man oh scheiße nein da wollte ich gar nicht hin fuck off free space was hast du eigentlich da ist jetzt ein stein ne stein kuh a little wolf into ishinobu alles klar machen wir so so it's feeling calm ist da irgendwas neues ist halt wirklich voll wie persona so Freunde machen mit denen labern Buns with friends 6 ich hab doch jetzt erst 3 dazubekommen ach ich krieg immer 2 dazubekommen ach ich krieg immer 2 dazubekommen nebenaufgaben machen sonstigen shizzle hab ich jetzt alles gemacht jetzt müssen wir noch einen stock höher ich hab mit der sanai mit der sarada sarana sarasa oh stocker chan ich sehe was du tust oh scheiße ist jetzt im zweiten stück ich hätte ja eins unten die steht auch im ganzen tag writer's room was ist im writer's room writer kann ich hier was machen kann ich hier Pornos anschauen komm lass mich Pornos gucken hm how to tell nope give me another take what uh hold on the deadline is almost on top of us oh nein macht das eigentlich Spaß hier den ganzen Tag zu stehen 3 Tage lang hm whatever should i make for dinner tonight pasta puttanesca aria piata or maybe toast warum toast keine ahnung frag mich nicht und was will ich jetzt in der dritten hey was seid ihr eigentlich für Spackos die sitzt am Tisch rum achso ja ich bin nach oben gegangen ich trottel ah nein ich wollte noch ich wollte noch auf warte 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 da ist noch ein nächste quest eine quest hab ich noch zu machen i'll go to the next quest hallo beauty was ist das da Toiletten ja Toiletten so gehen wir zum Dach oh mein Gott was ist mit dir kommt ha 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 yes girl michi suki wo mochi suki wo wf wo 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 Do as I'm told. I won't get scolded, if I do what I'm told. That's all I have to do. Ja, rein da. Auf geht's. Monster-Metfl. Du, 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 du. Ja, brauchte man nicht erklären. Ich geh da rein, hau ein paar Monster weg und komm wieder raus. What a pretty flowered garden. Oh fuck, ich bin voll mit Monster-Metfl. Der kleine Sack hat aber auch fast nicht, ob man auch fast nichts sehen kann. Ja, voll Angriff. Storm-Daisy-Attack. Okay, ich ziehe fast gar nichts, aber so der Scheiß. Sidekick. Na, Slidekick. Aber es ist ja ein bisschen leer. Daaa. Strike. Auf den da. Ach na, den sitzt ja nicht viel ab, ne? Nee. Dafür hauen wir mit dem seine Rüstung weg. Hau drauf, Aldi. So, und gegen was ist der schwach? Keine Ahnung. Bomb free. Oha. Ist der gegen sowas schlecht? Nö. Der ist einfach nur scheiße. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. das sind zufalls generiert wie gesagt ich habe ja schon mal weiter gespielt und da war ich auch hier und es hat komplett anders ausgeschaut cool und warum greifen die nicht an die stehen alle bloß blöd rum und schauen doch aber das sind jetzt die dinge was ich auch zerstören soll ja ja schnauze auf geht es darum die kampfmusik finde ich echt schön angriff und der erste ist weg ja okay du schaffst es wo alle getroffen ist denn der schall ich bin vor dir dran ja alle die einer überlebt wer spiel mit ihm eine runde oh wie knuddel ich das ist 3 habe ich platt gemacht fehlen noch 2 ne das spratzt nix weg ja komm her dich mal hier auch noch schnell platz ich meine ich weiß eben noch nie was ich mit den gegenständen eigentlich anfangen soll feenfeuer slash damage ja komm für ihn vorher hau dann weg hier zeig sie ihm hau dann den bären aufgeschöpft ja ich habe vergessen wir sind ja nicht mehr in den kommand die kräfte von den anderen bekommen so Ah fuck Jumping headbutt Schlitzen dann auf die kleine Sau, der kleine Tomberry verschnit Uh, Haufen Scheiss Also die Monster sind die selben was hier rumlaufen Butt Butt Light Nein Ich hab einen Arsch bekommen Ey, wer ist Bleib mal da Battle Star Town So Wie, ich hab den einen verfehlt Feenfeuer Den haue ich jetzt weg So Erst kommt der Dann hauen wir den erstmal zurück Vielleicht schaffe ich es, dass dann die anderen vor ihm drankommen Yes, sehr schön Und schon habe ich gewonnen Na, verdammt Wind Fuller Boah 41, was soll denn der Mist Sehr gut gemacht Hinako, sehr gut So, jetzt habe ich die 5 erledigt Der ist schwer Aber da fällt mir was ein Status Growth habe ich auch Aber mich interessieren gerade erst mal die Fragmente Die Decreate Elder After using Instead of Grizzens Skill Power Recover Skill User's MP Ist dann eher was für Dita Foxfire Foxfire Ja, aber meistens nutze ich das Äh, was macht's Was hat jetzt die alte Nummer gehabt Joy of the Luther Increased Skills Recovery Amount When Aether is 50% or more Ah, ok, das steigert die Heilung Rival is a Prision Decreate Elder After using Instead of increasing skill power Keine Ahnung, ich benutze es jetzt einfach mal So, jetzt haben wir den weg 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 Den Dreschner dreschner zurück Shooten Crit Fehlfeuer Zeig sie 70 Machen wir noch mal zurück Und dann werden wir noch mal schocken Electric Bobby Ah fuck Können wir noch mal zurückkommen? Man kann ja nur 2 mal zurückkommen Feenfeuer 76 Sehr schön Jetzt ist der mal dran Armwhip Fällt mir gar nicht Team Hat mir fast die elfte voller Energie abzogen Sabb firms Und 2 Ball BAM! Ist das der noch mal dran? I'm sure! Uh! Boah! So gegen das Resistor! Ne, 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 holy class! Jetzt ist der Sack wieder dran! Hens! Boah! Ist der besiegt? Uuuuh! Shit! Nur den Overdrive einsetzen Da hast du den normalen Angriff und dann wird der Rest da Oh, mach mir kalt! Shooting! Oh! Boah! Kommt nach dann hin! Alter, der ist echt stark, Mann! Boah! Was lebt die jetzt wieder? Die hat doch bloß 103, ne? Fragrant Powder Fragrant Powder So, da hinten haben wir noch was Dann haben wir das auch schon abschließen Dann haben wir das auch schon abschließen Dann können wir doch gleich mal zur Juso gehen und können Mhhh Halt da oben war noch was, ne? Da oben ist auch noch ein Gegner Den hauen wir jetzt auch noch weg Wenn wir eh schon so weit sind Also du kannst sie nur an einer bestimmten Anzahl zurück hauen Danach wird wir es einfach nimmer Und ich muss mal dran denken Das Das Nur der, der Die 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 I heard that some students are playing hooky lately, that is if we stop coming to school altogether, we should investigate. Hallway im ersten Stock. Oh, da ist sie. Aber da speicheln wir jetzt, nachdem ich jetzt gerade schon mal jemanden, mir jemand verreckt ist. Oh, I don't wanna go to class. Hell, I don't even wanna go to school. There's nothing wrong with ditching, right? I'll just ditch it all. Das ist ein Einzelmonster, was ich besiegen muss. Das ist nicht gut. Einzelmonster haben immer viel zu viel Power. Da hinten steht's. Hier gibt's aber mehrere. Aber jetzt machen wir erstmal Status. Growth. Ein Punkt haben wir. Die Laien braucht Defense. Ganz einfach. Oh, ihr Crane Tierlings. Kriegt's hier ne Attack-Ding oder Defense-Ding. Mit der gehen wir... Ja genau, dann kriegen wir ne starke Attacke. Denk ich mir jedenfalls. So, mit der da gehen wir weiter auf Support. Strawberry Comet. Erdbeer Comet. Really? Uh, wenn ich das suche. Lively, Spark, Arrow. Geil, den Camellia. Hm. Technik und Support ist dann doch besser bei der. Geil. Jetzt hauen wir aber erstmal dich weg, Junge. Oh fuck! Oh, das war knapp. Hui! So, und du hast jetzt Strawberry Comet. Sprint the baton to conjure a magical stone. Small nut bag. Likely spark arrow. Fire the flame, defense ignore arrow. Attach the target aim. Oh, das sind ja drei. Nehme ich mal das, ich will das ausprobieren. Haha, wieso das sagt. Uh. Was hast du? Hedgework. Fires of magical energy from the sword's tip. Medium nut bag. Oh, jetzt werden doch die Attacken schon mal richtig viel besser. Was hast du dir? Ear crane. Fires of magical energy coming into Mr. Bear. One enemy. Das wird jetzt auch ausprobieren. Das wird jetzt auch ausprobieren. Ja, noch ein Strawberry Comet. Hause weg, Mann. Geile Attacke. Und zwei sind schon gleich mal fort. Und dann kann ich doch mal... Was hab ich eigentlich als Support? Ah ja, das ist so die Angriffe hoch. Darf ich den nochmal einsetzen? Hatschivertch. Oh ja, das sind nochmal geile Erden. Tranquil Water. So, da ist schon das... Boah, Alter, was bist denn du für ein Vieh, ey? Ich dachte, das wäre ein Reh oder so. Jetzt ist bloß den Körper vor dem Reh, Alter. Und ansonsten... Schaut's aus wie eine Koralle, Alter. Was zur Hölle? Strange ist viel. Oh, das hat auch 708 Ding. Oh, das ist so. Voll drauf. Voll drauf. Ukraine. Ah, das kommt drauf an, was ich einsetze. Storm Daisy schmeißt mich zwei Dinger zurück. Liquid Spark Error schmeißt mich vier Dinger zurück. Oh, was ist das? Strike plus zwei. Ääääääääääääää, small knockback. Ach komm, Alter, drauf, drauf, einfach drauf. Oh, gegen Slash-Damage ist das schlecht. Der ist mir eigentlich wurscht. Ich würde jetzt erstmal den Cryhorn wegbringen. Fehlfeuer. Oh, gegen Slash-Damage. Oh, gegen Fehlfeuer ist er auch stark. Fehlfeuer. Komm, 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 komm. Ein Fehlfeuer kann ich nur. Und jetzt bist du auch nicht fertig. Ach, fuck. Aquatic Sphere. Hauptbärchen, hauen dann weg. Sehr schön. Haben wir das Gefühl erledigt. Da drin ist noch eins, da drin ist auch so ein Ding zum Ei sammeln und noch so ein Gegner. Da drin ist noch ein Ding zu sein. Ja, Da drin ist noch ein Ding zu sein. Der ist noch ein Ding zu helfen. So, und jetzt sind so fast alle hin. Boah, oder es sind alle hin. Sehr geil, sehr geil. Dich hebe ich mir für zum Schluss auf. Jetzt will ich mir erstmal noch die zwei Dinger. Tranquil Water. Ach, quatt, in dem bin ich jetzt neigelaufen. Ah, scheiße, in dem falschen Ausgleich. Ach, müsste er dich jetzt wahrscheinlich zwei erledigen können. Egal, der Komet riecht es schon. Der Erdbeerkomete macht sie platt. Boah, Schweinerei. Aquasturm. Macht nix. So. Jolki Sand. Jui. So, jetzt bist du noch dran. Irgendwie. Genau, Cryhorn müsste direkt Attacke abbekommen. Weil die anderen sind nur zum Spaß dabei. Genau, die machen jetzt mal das andere. Storm Daisy. Ah, hat nicht gereicht. Oh, komm schon. Ja. Aber schön, dass man eine andere Musik hat. 113 hat er nur noch, scheiße. Oh, das da. Boah, was? Was ist jetzt passiert? Jetzt trauen sie sich voll. Cool, gibt es das öfter, dass da so Sequenzen kommen? So, jetzt sind wir fertig. Jetzt müsste die auch wieder normal sein. Huh, what I'm doing? Skipping class like this? Hm, I really don't remember. I don't know why, but I feel like I've been lifting off of me. Maybe I'll work extra hard from now on. Und ich habe ein Walnussbrot bekommen. Geil. Ja, Alter, was geht? Oh, I wasn't playing DarkHead. It's a really popular FreeSpace Game. So, jetzt gehen wir zurück in die Klasse. Necessary rating points achieved. Report an Mission Activist to Jusu and Lime, aber freilich. Activity reported. 50 Punkte erreichen, erreicht. Jetzt gibt's eigentlich bloß nur das. Oh, was ist los? Hinako, btw, when did you get that ring? Right, when you stabilize the fragment. We already have the rings themselves, but the powers don't manifest under the connecting to a stabilized fragment. Basically, once you stabilize the fragment, the energy starts swirling and I still don't really get it. You just feel it. It's hard to put it into words, but you don't get explanations about your reflector powers, right? This is the same kind of thing. Okay. Okay. Dann hätt ich gesagt, geh ich nach Hause. Ich weiß nicht, wenn ich schon japanische Serien und so sehe, also Animes und sowas. Irgendwie finde ich es immer schade, dass das bei uns nicht so ist. Diese verschiedenen, also ich meine, das ist jetzt eine kleinere Schule. Ich meine, wenn man in Anime schaue, die sind ja meistens größer. Zick Schüler und was der Geier, was nicht alles. Und das halt bei uns nicht so Clubs gibt oder irgendwie sowas. Also ich meine, klar, du kannst zum Fußballspielen gehen oder du kannst, du kannst in andere so Dinge gehen, aber ich meine, jetzt halt direkt an der Schule. Das finde ich irgendwie schade und heim geht's. I'm getting used to being a reflector. Spending time at home. At the end of the day you can prep for tomorrow. Take a bath or do other sorts of everyday activities. Taking a bath allows you to reflect upon the day events. The actions in a good takes will influence the events that occur the next day, so be sure to try out different things. Achso, also je nachdem was ich mach, just get a keep working hard. What would you like to do? End of the bath. Oh, mein Handy, der Akku wird bald leer. Pew! Pew pew pew! What would you like to do? Hop into the tube. Hop into the tube. Hop into the tube. Hop into the tube. Denken. Raus gehen. Nochmal das da. Oh! Das ist damit mein. Denk mal nochmal nach. If I relax tonight, I can do a better job tomorrow. Gut, also geh mal raus. Lunch break. Gut, also geh mal raus. Okay. Gut. Let's go out. Damon. Ich bin blind. Gut. 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 Ich glaube, ich habe noch etwas überrascht. Ich würde mich gerne sagen, was ich zu sagen. Wenn ich jetzt Lime rauskomme, ist es ein逆es Ergebnis. Aber ich kann mich nicht mehr überraschern. Ich denke, ich bin so ein Lime. Aber es gibt es ein Wunscher, was ich will. Interlude, her stroke. Ah, da kommt eine neue jetzt. Bento-Buddies. 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 Ich habe mich nicht so gut, weil ich mich nicht so beschäftigt habe. Aber... Ja, ich habe mich nicht so beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so beschäftigt habe, wenn ich mich nicht so beschäftigt habe. Ich habe nur ein bisschen zu sprechen, aber wenn ich mich nur so fühle, dann bitte ich mich nicht. Du kannst dich mit dir helfen. Ja... Dann... ... ich... ... das... Ja! Bitte an deinen Freund! Dann... ... heute... Oh, jetzt kommt sie schon wieder? Mit den Nerven? Ja... Hey, Shirai... ... jetzt... ... etwas? E...? Na... Sack... ... es ist lustig drauf. Ja, die ist lustig drauf. Die macht es noch schlimmer, Mann. Oh? Hahaha Du hast gesagt, warum hast du dich so schwer gemacht? Und das ist das Gegenteil? Das ist ein sehr guter Arbeit. Und das ist das, was ich liebe. Was ist das? Oh, dieser Mensch... ... hat sich zuvor von mir verabschiedet. Schrei? Ich bin... Schrei! Ich habe mich wieder überraschend gedacht. Wenn ich mich schlecht fühle, dann gehe ich in die Krankenhäuser. Aber... Ich bin okay. Aber... Dann schaut sie wieder woanders hin. Oh, Shirai! Warte! Oh, fuck! Jetzt gehts Lund. Was? Du hast vorhin gesagt, dass du deine Freunde kennst. Jetzt ist es gut. Aber, wenn du deine Freunde kennst, dann kannst du schnell... Oh, oh. Oh, scheiße. Das war jetzt einfach zu viel. Oh. Wenn du dich überraschst, dann lass dich überraschst. Wenn du dich nicht überraschst, dann kannst du dich nicht überraschst. Du kannst dich überraschst, aber wenn du dich überraschst, dann kannst du dich nicht überraschst. Oh, Hina-chan! Yuzu, ich werde dich überraschst. Ich habe mich überraschst. Ich muss mich überraschst, wenn ich dich morgen sehe. Oh. Ja, das ist aber auch... Das kenne ich aus der Arbeit selber. Wenn... Wenn dir einer voll auf den Senkel geht, die ganze Zeit, dich nervt und sonst irgendwas. Ey, das ist echt schwer, dass du einfach nicht durchdrehst. Vor allem, wenn du dann überraschst, ob du dir nicht am liebsten ein paar langen würdest. Du darfst aber leid meinen, ich bin nicht sehr auf der Arbeit. So. Ähm. Gehen wir nochmal ins Bad. Nach dem Tag, Bro. Wash face. Ach, okay. Das hat sich auch geändert. Cool. Macht sie das sonst nicht, wenn es hier jemand sagt? Okay. Nachdenken. Ich muss wirklich entschuldigen. Get out. Ihr Spanner hört auf, so hinzuklotzen. Hinachan, Was auch... Er war... sicher. Aber ich war gut. Nali-Mia, vielleicht... K Petri? Ja. K. Du bist.. Ich habe... ... Wie? Hoi? 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 I, kumce tam, spotman? Hoi? Hoi? I mean, I don't know about all these feelings! We need to be able to pass and send. You can have a message, but it's possible to find a feeling between us! Shine, I'm not good at sport, but I'll tell you a lot! I... But... I have to have a feeling of your body and body... What? I can't see this, but... Oh, fuck. Jetzt wird's übersteckig. Die übertreibt's echt, Mann. Wer kommt denn jetzt halt? Narimiya-san. Oh, Nishida? Wie war's? Hinako-chan ist... Ich habe jetzt ein bisschen休miert, aber... Ich habe immer noch ein Ballet gemacht. Das war schon so großartig. Oh, die ist bei Baseball, oder? Wie kommt denn der Volleyball auf Balletten, Mann? Das war eine große Herausforderung, aber es ist ein Problem. Das war schon so großartig, Mann. Ich habe gerade noch nicht gehabt, Mann. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hatte keine Angst, aber... Aber ich wusste auch sehr gut, dass ich meine Angst habe. Okay. Dann machen wir mit Sport. Alter, nervt nicht rum. Die hört nicht zu, Mann. Oh, jetzt ist sie on fire. Ich habe das. Wenn ich mich gewinnen... ... 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 Alter, jetzt sind sie voll on fire beide. Aber was, Alter, was geht ab? Hehehe, Hina-chan ist so schön, oder? Ich fühle mich einfach nur in Ordnung, aber... Aber... Ich denke nicht, dass ich nicht so gut bin... Ja, das ist so, oder? Er wird auch da. Aber was die jetzt machen, sehen wir erst in der nächsten Folge, weil wie ich es gerade sehe, geht das Ding jetzt schon 15 Minuten, wo ich aufnehme. Also, wo ich könnte eigentlich... Nee, ich beende jetzt die Folge und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Wetter, weil ihr wollt bestimmt schauen, was die machen. Danke fürs Zuschauen und Servus. Bis zum nächsten Mal.